Herzlich willkommen zu einem neuen Part hier beim Citybus Manager in Nordhorn. Ich habe jetzt noch ein kleines bisschen Deko hier mit rein gepackt. Ich habe jetzt auch mal den Tag vor laufen lassen, dass einfach mal die Busse durch sind. Ich habe jetzt auch die hinteren vier hier, die ich als Krankenhaus Route 2 angelegt habe, habe ich jetzt auch noch mal umlackiert, dass die hier oben auch ihr rotes Kreuz haben. Und jetzt wollte ich dann die Tour gleich mal verändern. Von daher gehe ich jetzt mal auf, 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 Linie, genau. Krankenhaus 2, Linie bearbeiten. Nicht die Linie bearbeiten, das passt ja eigentlich, sondern die Zeiten. So, und zwar, wir fangen nämlich um 5 Uhr an bis um 20.50 Uhr. Besser gesagt 20.45 Uhr ist dann die letzte Fahrt. Wir schauen uns das Ganze mal an. Wir brauchen ja nur zwei Busse im Grunde. Ein Fahrplanvorschau 5 Uhr, 5.25 Uhr und der Fährung 5.30 Uhr dann wieder los. Das ist echt ideal. Fünf Minuten Puffer. Insofern kann man dann auch eine Verspätung wieder super reinholen. Okay, wir bestätigen das Ganze. Das wird natürlich dann zum nächsten Tag geändert. Krankenhaus, das passt ja eigentlich mit der roten Farbe. Die Linie 1 haben wir hier. Und dann werden wir mal schauen, dass wir noch eine weitere Linie anlegen, weil wir haben ja hier noch zwei Busse. Ich habe jetzt hier auch noch mal Parkplätze rein gemacht. Also können wir auch hier noch mal mit Bussen nachlegen. So, jetzt wollte ich nur mal ganz kurz auf die Linien schauen. Also wir haben auf jeden Fall bei jeder Linie ein gutes Plus. Die Krankenhauslinie ist natürlich voll überfordert. Ich kann es aber nicht ändern. Leider. Jetzt wollte ich mal aufs Postfach gucken. Euregio Klinik. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie leisten wirklich außenordentlich gute Arbeit. Wir freuen uns, dass wir Sie als zuverlässigen Partner gewinnen konnten. Wir freundlichen Grüßen. Euregio Klinik. Und der Busfahrer hat wenig zu tun. Ja, gut. Das ist halt so. Dann schauen wir uns mal die Bewertungen an. Die schauen eher schlecht aus. Sollte Ihre Abläufe in Begriff bekommen. Da habe ich deutlich mehr erwartet. Busse auf der Linie 1 sind immer angenehm leer. Am liebsten würde ich morgen nochmals ins Servicecenter gehen. Das ist doch positiv. Da haben wir nur einen Stern. Ticketpreise passen einfach nicht zum allgemeinen Service. Okay. Also eine gute drei Stern. Das ist doch in Ordnung. Wir könnten jetzt seit höchstens mal die Ticketpreise anpassen. Machen wir auf Pause bitte. Danke. Tickets, dass wir die mal günstiger machen. Wir gehen jetzt da mal auf 1,40. Und die Einzelfahrt hier machen wir auf 1,30. Das Target-Ticket machen wir auf 5,90. Und das hier machen wir auf 23 Euro. Ja. Ich denke, das passt. Kredite brauchen wir nicht. Investitionen haben wir schon getätigt. Also wir haben tatsächlich einen Umsatz von knapp 25.000 und haben einen Verdienst von 19.000. Also das finde ich nicht verkehrt. Das ist ganz gut. Ja. Legen wir dann am besten gleich nochmal eine Linie an. Würde ich sagen, bevor jetzt der Tag weitergeht. Würde ich besser hinbekommen. Ja. Dann mach Albert. Albert mache. 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 Mache einfach. So. Depot. Wir fahren zum Zoo. Wir fahren zum Zoo. Hätte ich gesagt. Wir haben nämlich hier einen wunderschönen Zoo. Da würde ich sagen, fahren wir hin. Und zwar abgehend vom Schützelstraße. Ja, ich würde sagen Sportpark. Oder? Machen wir Sportpark als Treffpunkt der Busse. Dann fährt der dahinter und fährt wieder vor. Das wäre doch, glaube ich, okay. Linien. Neue Linie. Eigene Linie. Wir machen die Linie in der Farbe. Wir nennen die Linie auch Zoo. Und so. Bus Stop. Wir fangen hier an. Fahren natürlich dann hier die Haltestellen ab. Hier werden wir wahrscheinlich nirgends halten brauchen, weil das wäre ein Quatsch. Wir fahren aber dann hier nochmal eine Station an. Das wird eine relativ kurze Strecke, würde ich sagen. Der Eschweg. Dann weiß ich natürlich jetzt nicht, wo der Zoo Eingang ist. Aber ich denke mal, dass der hier hinten ist. Tierpark Nordhorn. Dann würden wir nämlich da hinfahren, düsen dann die Haltestellen natürlich wieder zurück. Zack. 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 Und zack. Und schon hätten wir doch eine ganz nette, kleine Tour. So, schauen wir mal, ob wir das Ganze mit 10 Minuten Intervall mit zwei Bussen schaffen. Yep. Das schaffen wir. Wir machen auch hier wieder die Tour 5 bis 2050. Da müssen wir halt nochmal zwei Busse hinzufügen. Wir gucken mal auf den Fahrplan. 5.15 Uhr, 5.20 Uhr. Wunderbar. Genauso möchte ich das genauso bestätigen. Dann haben wir auf jeden Fall hier einen Bus Zoo A. Stellplatz hier. Du bist Zoo B. Mit Stellplatz hier. Dann kaufen wir nochmal zwei Busse hinzu. So. Das Geld haben wir ja. Laden, lokale Vorlagen, Vice City Bus. Jawohl. Anwenden. So. Dann machen wir gleich mal Pause. Dann haben wir hier den Zoo C. Und wir haben hier den Zoo D. Passt. So. Wenn ich noch irgendwie ein Bild finde, was ich da drauf packen kann mit einem Tier, das wäre ganz nett. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass ich eins habe. Von daher werde ich da mal danach suchen und dann packe ich da nochmal ein Tier mit oben drauf. Auf dem Elefanten oder Giraffe oder was weiß ich. War ich eine Giraffe so der Länge nach hier drauf? Mal schauen. Okay. Fahrt zu. Wir haben zehn Punkte. Ich schaue mal ganz kurz auf die Forschung, ob wir hier irgendwas forschen können. Aber ich glaube... Komisch, ne? Jetzt ist das plötzlich... Achso. Wir haben Geld wahrscheinlich. Deswegen, weil ich keine 15.000 habe. Deswegen könnte ich das jetzt nicht freischalten. Ja, aber die werden wir schnell zusammen haben. Bin ich mir sicher. So. Machen wir mal einen Zeitsprung. Wir brauchen die Linie 1 zuweisen. Ähm, warte mal. Linie 1, das bist du. Ich weiß aber nicht, warum das... Warum das die Linie 1, Linie 1 heißt. Nee, warte mal. Die muss ich... Die hier. Jetzt... Ähm, zuweisen Krankenhaus 2. Dann haben wir zuweisen dem Zoo als erstes Mal. Dann haben wir Krankenhaus, das bist dann du. Dann haben wir nochmal Zoo, das bist du. Die Linie 1 bist du. Und was? Nochmal Linie 1? Habe ich jetzt da was falsch gemacht? Drei Busse? Hm. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Weil das wundert mich jetzt halt mit der Linie 1. Da fahren doch keine drei Busse, oder? Fahrplan, warte mal. Schau mal auf... Schau mal auf hier. Schau mal auf... Linien. Linie 1. Fahrplan anzeigen. 5 Uhr. 5 Uhr. 5 Uhr 19. 5 Uhr 30. Es dürften doch nur zwei Busse sein. Hm. Da bin ich jetzt halt verwundert. Linie 1A, Linie 1B und Linie 1C. Ist doch auch gerade schon weggefahren, ne? Ne, das ist der Zoo-Bus. Ne, das ist der Zoo-Bus. Okay. Da bin ich jetzt halt etwas verwundert. Ähm, Busse. Linie 1. Der ist schon am Düsen. Dann haben wir nochmal Linie 1. Der fährt jetzt um 5.15 Uhr los. So, wir haben Krankenhaus. Und wir haben Krankenhaus 2. Was habe ich jetzt da übersehen? Warum ist Linie 1 mit drei Bussen unterwegs? Das würde ja heißen, dass mir Busse fehlen. Wenn tatsächlich dann nochmal zwei Busse los müssen für die Linie 1, dann müssen wir auf jeden Fall was an dem Dienstplan ändern. Oder besser gesagt an dem Fahrplan ändern, dass das läuft. Wir müssen es jetzt mal abwarten. Was anderes kann man nicht machen. Ähm, Personal. Äh, schauen wir mal bei den Busfahrern, ob wir da nochmal jemanden einstellen können. Hier zum Beispiel. Jawohl. Einstellen. Ein bisschen mehr Erfahrung wäre natürlich nicht schlecht, ne? Mechaniker. Mechaniker. Forscher. Reinigungskräfte. Vielleicht noch eine Reinigungskraft. Service-Mitarbeiter. Da auf jeden Fall nochmal jemanden. So. Jetzt haben wir da auf jeden Fall abgesichert. Ich denke einmal, dass ich demnächst das Büro vergrößern muss. So, aber wie gesagt, jetzt muss ich mal abwarten, bis dann die nächste Tour kommt. Vielleicht muss ich dann tatsächlich nochmal auf die schnelle zwei Busse kaufen. Da würde ich dann natürlich einen Kredit aufnehmen, ne? Ist klar. Mich wundert es bloß, warum ich beim Krankenhaus jetzt nur einen Bus losgeschickt habe. Da müssten doch eigentlich zwei Busse fahren. Schauen wir mal nach. Ähm. Krankenhaus. Äh. KH2. Nächste Tour KH2. Ach, kann das sein, dass ich das falsch gelesen habe? Dass ich jetzt einen Bus von der Linie 1 quasi weggeschickt habe mit der KH2-Tour. Das kann natürlich möglich sein, ne? Dann würde ich halt dann im Grunde für die Linie 1 dann die zwei hier losschicken. So. Bewertung. Äh. Bei Problemen mit Rhein-Adler kann ich deren Service Center nur empfehlen. Dort erhält man schnell eine Lösung, ne? Das ist doch schön. So soll es sein. Meine Service Mitarbeiter sind halt eben die Besten. Oder besser gesagt, die Service Mitarbeiter von Rhein-Adler, die sind die Besten. So. Bis jetzt haben wir auch noch nicht irgendwie die Werkstätten sehr stark in Anspruch nehmen müssen. 8 Uhr. Service Center öffnet. Gucken wir mal. Oh. Ich muss noch. Kauft Wochenticket. Das ist gut. Ich habe ganz vergessen, dass ich hier da noch bestellen muss. Und. Jawohl. Wieder ein Ziel erfüllt. 5. Bremsbeläge. 3. Versetz. Öl. Und Keilriemen. So. Da sind wir bei 1400. Das passt ja, wenn das dann um 16 Uhr kommt. Wunderbar. Beschwert sich über den Fahrstil der Busfahrer. Na ja, dann. Schnall dich an. Achso, da gibt es keine Gurte, ne? Dann kauf dir einen Gurt. Ja, der Fahrstil der Busfahrer, der ist vielleicht nicht so toll. Oh, wir können eine Forschung machen. Eine Forschung für die Klimaanlage können wir forschen. Besseres Essen für die Mitarbeiter ist auf jeden Fall sinnig. Und das war's. Jetzt haben wir schon 20 Punkte, ne? Das ging jetzt halt echt schnell. So. Bisher hat sich das Krankenhaus geändert. Ihr braucht euch nicht über die Ticketpreise beschweren. Die sind top. So. 833 Fakten. Jetzt gehen wir nochmal auf die Map. Weil ich nämlich wissen will, wie die Auslastung hier ist. Vor allem Zoo. Oh. Wie schaut's denn da beim Zoo aus? Warum fährt keiner zum Zoo? Hm. Ja doch, die Leute, die fahren schon da hin. Man hat ja nicht immer Zeit in den Zoo zu gehen, ne? So. Krankenhausstrecke. Ich denke, dass die jetzt halt wirklich ganz gut bedient wird. Hier mit Bussen. Und da ist es ja auch okay. Ja. Dann haben wir auf jeden Fall die zwei noch für den Zoo. Und dann können wir noch zwei uns holen, um nochmal, um nochmal eine kleine Tour zu machen. Ich bleibe auch tatsächlich bei neuen Bussen. So. Laden. Lokale Vorlage. Weiser City Bus. Anwenden. So. Und hier mache ich dann, Moment, ich muss nochmal gucken wegen den Linien. Ähm. Busse, Linien. Krankenhaus, Zoo, Linie 1. Ich weiß nicht, warum das eine... Also da muss ich echt dumm geguckt haben, weil irgendwie habe ich gedacht, Linie 1 muss ich nochmal losschicken, ne? Aber gut. So. Genau. Du bist am Forschen. Das ist in Ordnung. Und dann würde ich sagen, legen wir mal eine Linie an für die zwei hier. Und zwar vom Bahnhof mal in diese Richtung hier. So. Linie. Neue Linie. Wir machen alle... Na doch, ich lasse das laufen, das passt schon. Wir fangen hier an. Äh. Hups. Linien. Neue Linie. Eigene Linie. Wir fangen hier am Busbahnhof an. Fahren hier vor. Ich glaube, das ist ganz gut. Da haben wir Gymnasium. Dann hier hin. Dahin. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Ähm. Dann werde ich wahrscheinlich... Ah. Muss mal gucken. Wenn ich hier reinfahre. Kommst... Fährst du dann da rum? Ne. Du fährst zurück. Ne. Das dachte ich mir schon. Ähm. Okay. Da können wir auch nicht... Ah. Machen wir so. Wir löschen die zwei. Dann mache ich die Bushaltestelle hier rein. Dann schauen wir mal, ob ich dahinter fahren kann. Jawohl. Dann machen wir da nämlich so eine kleine Kurve. Oh. Da fährst du wieder zurück. Okay. Dann haut das natürlich nicht hin. Ähm. Da kann er nicht durch. Okay. Auch wieder dumm. Dann fahren wir eben hier rum. Dann könnten wir eigentlich hier den Bogen zurückfahren. Das wäre doch dann eine schöne kleine Runde. Fährst du hier geradeaus? Ja. Hier fährst du geradeaus. Okay. Dann machen wir es halt so. Zack. Zack. Jawohl. Und dann zurück zum Bahnhof. Das ist doch gut. So. Einmal hier. Mindestens ein Bus, wenn ich alle 60 Minuten fahre. Mindestens zwei Busse, wenn ich alle 10 Minuten fahre. Ähm. 5.12 Uhr. Das heißt, er würde 5.20 Uhr dann weiterfahren. Das ist gut. Ähm. Wir machen jetzt allerdings, da wir nur die zwei Busse haben. Machen wir die Tour nur bis zum. 11.50 Uhr. Und dann müssten wir normalerweise mit zwei Bussen hinkommen. dann sind wir bei sechs Stunden, ne? Oder machen wir 5.30 Uhr. 5.30 Uhr. Wenn ich wahrscheinlich umstelle auf 15 Minuten, dann müsste sogar nur ein Bus reichen, oder? Ja. Dann ist tatsächlich nur ein Bus. Ähm. Warum läuft das Spiel eigentlich? Das soll nicht laufen. Mist. Ähm. Erste Fahrt, letzte Fahrt. 5.30 Uhr. 11.50 Uhr. Wenn wir nur einen Bus haben, weil der ja 5.30 Uhr, ja. Dann könnten wir auch, ähm, zum Beispiel 20.50 Uhr machen. Schauen wir halt einfach mal bestätigen. Ähm. Die Linie 5 zuweisen. Ähm. Das bist dann du. Dann zuweisen 2. Das bist dann du. So. Dann benenne ich dich mal um in... Lass mal halt einfach bei der Linie 5. Das ist ja egal. Linie 5a. So. Du bist Linie 5, äh, B. So. Dann brauchen wir die Linie 1. Wir brauchen Krankenhaus 2. Es ist kein Busfahrer verfügbar. Ähm. Ach du Mist. Okay. Wir machen einmal ganz kurz auf Pause. Mitarbeiter einstellen. Busfahrer. Äh. Einstellen. 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 Achso, das ist dein Angebot, ne? Äh. Einstellen. Achso, das ist dein Angebot, ne? Den können wir noch ein bisschen hochpushen. Den können wir noch ein bisschen hochpushen. Einstellen. Okay. Können wir es jetzt dazuweisen? Ja. So. Dann. Krankenhaus 2. C. Krankenhaus, äh, Zoo. Oh. Ähm. Moment. Du. Dann haben wir Linie 1. Ja. Das ist dann der zweite Bus, ne? Das ist dann, dann nehme ich dann halt eben den hier. Ist ja egal. Und zuweisen Krankenhaus 2. So. So. Hoffen wir mal, dass es jetzt passt. Bewertungen. Ich fahre jetzt seit langem Bus. Haben noch nicht schlechte Erfahrungen. Fahrer gemacht. Blablabla. Okay. Cool. Dat cool. Äh. Krankenhaus. Jawoll. Das bist du. Weil das andere ist hier Linie KH. So. Wir schauen dann auch gleich nochmal wegen neuen Fahrern. So. Wir können den Bus erforschen. Und wir können Unternehmensbewertung freischalten. Wow. Wir haben schon 39 von diesen Sternen, ne? Äh, von diesen Pokalen. Echt super schnell, muss ich sagen. Und das ist ja, wenn ich mich jetzt nicht täusche, der dritte Part heute. Da sind wir aber wirklich flott. Naja gut. Es lag auch daran, dass ich die Strecke ja erweitert habe, ne? Mit der Netzabdeckung. So. Die anderen Busse werden reinkommen. Die werden wir dann gleich wieder reinigen. Ähm. Ich würde sagen, wir schauen nochmal ganz kurz wegen Personal. Da kommen ja immer wieder Bewerbungen. Also von daher. 15. Jo. 15. Jo. Jo. So. Und die zwei sind über. So. Und die zwei sind über. So. Kann ich eigentlich jetzt nur mal laufen lassen. Die Busse kommen. Dann werden die gleich mal gereinigt. Oh. Der ist aber ganz schön versaut. Jawohl. Passt. Ne, da habe ich tatsächlich den Fehler gemacht hier in der Früh. Das habe ich dann falsch gesehen. So. Jetzt könnt ihr rödeln, meine lieben Mitarbeiter. Aber da sollte ich dann vielleicht noch eine zweite Waschanlage herstellen. dann mache ich eine Straße hier hin. Und dann machen wir nämlich noch eine Waschanlage hier an die Stelle. Wunderbar. Dann hätten wir zweimal eine Waschanlage. Dann geht es auf jeden Fall auch schon mal schneller. Linie 5 zuweisen. Jawohl. Das bist dann du. Betriebsbewertung. Das läuft von alleine. 130 Fahrten. Die schließe ich locker ab. Schauen wir mal auf die Auslastung. Okay, also die Auslastung scheint gut zu sein. Ja, wir haben natürlich hier dann ein paar Schüler. Ist klar. Wie schaut es aus beim Zoo? Zoo, Zoo, Zoo. Fahre nicht so viele, ne? Aber gut. Hier hält es sich auch ganz gut. Würde ich sagen, das passt. Und wenn wir so viele Pokale haben, würde ich sagen, dass wir zum nächsten Mal uns dann die nächste neue Linie anschauen. Und zwar entweder die Klausheide hier oder die hier. Aber ich würde sagen, dass wir die hier machen. Die Klausheide. Verbunden mit Klausheide. 447 Häuser. 37 Orte von Interesse. So schnell geht es, ne? Haben wir schon erfüllt. Mindestens 13 Haltestellen und mindestens 250 Meter Abstand. Ja, das machen wir dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Wir haben echt genug Geld. Wir schauen nochmal drauf auf die Finanzen. Also wir machen ein gutes Plus. Ich lasse einfach mal ein oder zwei Tage laufen. Und dann kaufen wir quasi eine neue Flotte für die neuen Touren. Alles klar. Aber das soll es dann für heute gewesen sein. Ich hoffe jedenfalls sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst mir ein Like da. Lasst Kommentare da. Abo nicht vergessen, dass ihr keine Uploads mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag. Schönen Abend. Schönes Wochenende. Oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.